Hallo, ich zeige euch hier, wie man eine Grammatik links faktorisiert. Wir haben hier die Produktionsregeln einer kontextfreien Grammatik gegeben. Und nehmen wir an, wir wollen einen Parsing-Algorithmus mit einem Look-Ahead verwenden, zum Beispiel von 1. Das heißt, ein Algorithmus, der anhand des nächsten Eingabesymbols entscheidet, welche Produktionsregel er anwenden muss. Und nehmen wir an, wir haben gerade ein S als nächstes Nicht-Terminal, dann kann hier der Algorithmus nicht entscheiden, welche dieser drei Produktionsregeln er verwenden soll. Mit einem Look-Ahead von 1 fangen die halt alle gleich an. Und auch mit einem Look-Ahead von 3 könnte es noch nicht sagen. Und was wir dagegen machen, ist, dass wir die Grammatik links faktorisieren. So, wir betrachten dafür alle Produktionsregeln mit dem gleichen Nicht-Terminalen auf der linken Seite. Hier die Regel, die fängt auch so an wie die anderen, aber wir haben ein anderes Nicht-Terminal hier, deswegen gibt es da kein Problem. So, wir schauen uns die längsten gemeinsamen Präfixe der Regeln an. Also in diesem Fall hier die ersten beiden, die gehen hier von A bis F. Die dritte Produktionsregel ist kürzer, die schauen wir uns dann später an. Erstmal hier die beiden, die haben die längsten Präfixe gemeinsam. So, und jetzt, weil egal welche dieser beiden Produktionsregeln wir verwenden, wir würden ja sowieso die Zeichen von A bis F generieren. Deswegen können wir die einfach ersetzen durch eine neue Regel, indem wir einfach immer diese ganzen Zeichen generieren. A, B, C, D, E, F und gefolgt von einem neuen Nicht-Terminalen, in diesem Fall S'. Und wir fügen eine neue Regel hinzu, beziehungsweise zwei, die diese beiden letzten Fälle jetzt abdecken. So, S' wird einmal zu dem G, für den Fall, dass dies hier jetzt die erste Regel ersetzt, oder A für den Fall, dass wir jetzt die zweite Regel benutzen würden. Und dann kommen hier diese beiden Regeln raus. So, jetzt haben wir zwischen den ersten beiden das schon mal eindeutig gemacht. Jetzt schauen wir uns diese Regel an. Jetzt nehmen wir die nächstlängste, die wir noch übrig haben. In diesem Fall jetzt, ist jetzt schlecht zu sehen, hier so. In diesem Fall fängt diese Regel jetzt mit A, B, C an und die hier auch. Die ersetzen wir dann wieder durch eine neue Produktionsregel. S expandiert zu A, B, C, gefolgt von S2'. Und jetzt brauchen wir wieder neue Produktionsregeln, die dann diese beiden Fälle abdecken. Einmal für diese kurze Regel wäre das hier ein Epsilon. Oder hier, in diesem Fall, wäre der Rest jetzt noch D, E, F, S'. So, und dann kommt diese Regel raus und die raus, weil die haben wir jetzt durch diese beiden ersetzt. So, und dann schauen wir noch mal weiter. Jetzt ist das, ja, jetzt ist das alles eindeutig zwischen den Produktionsregeln. Wenn die Produktionsregeln noch mit dem gleichen Terminalen anfangen würden, dann müssten wir das weiter betrachten. So ist das jetzt, ja, so haben wir jetzt die Grammatik links faktorisiert und können dann mit einem Lookahead weiterarbeiten. Vielen Dank.